15.25 Uhr das Rennen in der Analyse, es ist fast 23.30 Uhr im Melbourne und wir haben endlich auch ein offizielles Endergebnis. Damit schalten wir unseren Ticker nach diesem langen Sonntag aus. Natürlich geht unser Portal noch etwas weiter. Und für euch nochmal der Hinweis auf unsere große Videoanalyse mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, die etwa 80 Minuten über folgende Themen gesprochen haben. Gutenberg fasst auf dem Podium. Startbox Verstappen. Reboot Chaos. Verstappen gegen Hamilton.